Torenskraft und die Umkehrung des Leiterschaukelversuchs. Wir sehen eine Leiterschleife, deren unteres Ende sich im homogenen Magnetfeld eines Hufeisenmagneten befindet. Die Leiterschleife ist an einem Spannungsmessgerät angeschlossen. Bewegt man nun die Leiterschleife von Hand, so kommt es am Messgerät zu einem Ausschlag. Wenn man die Leiterschleife nach rechts bewegt, so wird eine negative Spannung angezeigt und wenn man die Leiterschleife nach links bewegt, eine positive Spannung. Wie kann das sein? Schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Wenn man die Leiterschleife nach rechts bewegt, so bewegt man auch die Elektronen, die sich in diesem Leiter befinden, nach rechts. Der blaue Pfeil stellt also die Bewegung der Elektronen dar. Das Magnetfeld zeigt in Richtung des Südpols des Hufeisenmagneten. Wir wissen, dass auf Ladungen, die sich senkrecht zu einem Magnetfeld bewegen, die Lorentzkraft wirkt. Mithilfe der Drei-Finger-Regel der linken Hand kann man die Richtung der Lorentzkraft bestimmen. In diesem Fall zeigt die Lorentzkraft ins Bild hinein. Das führt dazu, dass die Elektronen eine Kraft in diese Richtung spüren und hin zum roten Anschluss des Messgeräts gedrückt werden. Dadurch herrscht am roten Anschluss ein Elektronenüberschuss und am blauen Anschluss ein Elektronenmangel. Bewegt man die Leiterschleife nach links, so bewegt man automatisch auch die Elektronen im Leiter nach links. Das Magnetfeld zeigt weiter nach oben. Um die Richtung der Lorentzkraft zu bestimmen, müssen wir unsere linke Hand nun drehen. Das führt dazu, dass die Elektronen eine Kraft in diese Richtung spüren und hin zum blauen Anschluss des Messgeräts gedrückt werden. Dadurch herrscht dieses Mal am blauen Anschluss ein Elektronenüberschuss und am roten Anschluss ein Elektronenmangel. Dieses erklärt, dass mal eine positive und mal eine negative Spannung angezeigt wird. Das ist ein Elektronenmangel, das ist ein Elektronenmangel.